Rainer Fuchs und Rikki Lüders gehören der Ermittlungsgruppe Projekt Rennen der Kölner Polizei an. Seit Januar hat das Team ca. 60 illegale Rennen zur Anzeige gebracht. Sie gelten seit Ende 2017 als Straftat. Wir haben in unserer Arbeit eben halt gerade ein Verkehrsphänomen aufgedeckt, was also nicht nur in Köln, sondern ein bundesweites Thema ist, nämlich illegale Raser- und Tuningszene und die damit in Verbindung stehenden Rennen, die durchgeführt werden. Im hochmotorisierten Zivilfahrzeug gehen die Beamten besonders nachts und am Wochenende regelrecht auf Raserjagd. Denn um mit ihrem Klientel mithalten zu können, sind schon mal Geschwindigkeiten jenseits von Gut und Böse nötig. Gerade folgen sie einem Mercedes, der viel zu schnell durch eine 30er-Zone brettert. Bei der Kontrolle hat der Fahrer erst mal ganz andere Sorgen. Durch das Geräusch des Wagens stutzig geworden, nehmen ihn Lüders und Fuchs genau unter die Lupe. Änderungen an der Fahrzeugtechnik müssen geprüft und im Fahrzeugschein eingetragen werden. Und manches ist so oder so nicht erlaubt. Rikki, was macht man denn hier mit? Das ist eine Fernbedienung für einen Klappenhauspuff. Machen Sie mal an, wollen wir mal hören. Ein Diesel mit dem Klappen, das macht doch keinen Sinn. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ein Soundgenerator. Machen Sie mal aus bitte und machen Sie mal den Kofferraum auf. Das ist die Soundgeneration Variante. Ein Lautsprecher für die Reserveradmulde. Es gibt für diese Soundgeneratoren keine Genehmigung. Bitte ja. Da gibt es keine Genehmigung für. Und immer, wenn ich das Abgasverhalten verändere, die Lautstärke auch und hier durch so eine Fernbedienung, dann ist das illegal. Das darf man nicht. Das heißt, die dürfen hiermit nicht weiterfahren. Wir stellen das Fahrzeug jetzt hier zur Beweissicherung im Ordnungswidrigkeitenverfahren sicher. Das bedeutet, es kommt ein Abschlepper, wird aufgeladen, kommt auf ein Sicherstellungsgelände. Einkassiert. Und auf Kölns Straßen wieder eine Gefahr weniger.